jetzt kommt zur letzten zur letzten Folge die ich jetzt für morgen schon mal mache Kakao Wurm und Jason Yasser Pech das ist wie immer wieder auswendest. Ich hatte da auch schon Kakao Wurm, guck, Kakao Wurm, Kakao Wurm, Kakao Wurm. Jetzt dachte ich jetzt, ich bin da als jeder schlafen kann von uns wollen. Und ich habe einen Melon, meine Güte, das ist ein schöner Tag. Heute ist so ein schöner Tag, ralalala, das ist so ein schöner Tag, ralalala, wir töten Jason gleich sofort, ralalala, alle werden sich zu freuen, ralalala, ich töte Jason, endgültig, ralalala, wer hat einen Augenblick auf. Ihr könnt gerne die Polizei rufen. Ja, deswegen? Unsere Straße ist Norda. Norda mal 800.576. Willst du es wirklich sagen, die Adressen? Nein. Dann kommt die Polizei. So. Es ist Tyler eben, Tyler ist immer so. Was? Tyler hat immer manchmal echt einen Ballaballa am Kopf. Fahr mit dem Ballaballa! Ähm, vor 10 Sekunden. Ich würde jetzt mal sagen, der hat mich scheiß Badneck genommen hier. Hahaha. So, kein bisschen so. Hast du dich nachgekommen, wenn du noch mal mitgenommen hast? Doch. Du machst. Ja, hast du den, habe ich genommen. Meine Kohle ist immer noch hier. Nicht nur das. So. Keine Ahnung, wie lange ich noch im Dorf bleiben will. Wieso wird sie auch noch da bleiben? Werden wir es doch gucken, wir werden in 10 Tagen... Ah, der hat meine Fenster kaputt gemacht. Der Kuchensohn. So, Tyler, wir treffen uns in... Keine Ahnung, wo? Das ist ja eine Karte. In der nächsten Folge treffen wir uns in... Dings, also in den... Klackabkommen. In Klackabkommen. In Klackabkommen. Talistine Chasen. Morgen mache ich übrigens jetzt ein Kreativexperiment. Baue ich mit euch moderne Räuser. Es wird auch immer dazwischen kommen. Es ist so Mike Quirps. Aber es muss auch ein bisschen manchmal auch was anderes kommen. Wir werden moderne Holz aufbauen. Wir bauen das mal nach, was mein Bruder mal früher gebaut hat. Auf seiner Wii U. Dieses grauen Scheiß. Oh nein, nein. Das habe ich auf der PS3 hergestellt. Und auf der Wii U. Ja, aber da war es noch schlimmer wie ein Schnee, schon mal am Ende. Und ja. Ja. Dann würde ich auch sagen... Achso, ich kann mal ins Bett gehen, Jason. Ich bin müde. Du willst ins Bett? Nein, auch nicht jetzt. Aber ich muss mein Zimmer, muss ich noch hören. Okay, wir können ja noch ein paar Minuten noch drehen, oder? Nein. Noch ein paar Minuten noch. Morgen macht Talibri jetzt das erste Video nicht mit? Doch. Nein, weil ich noch... weil ich da moderne Häuser baue. Du hast es erst mit auszuschließen! Deine Musiker, ich fühl mal mir gehören. Hallo, Tlein. Ist das so eine Wehre? Nein. Ach, warte mal, ich habe keine Ahnung. Ja. Hallo! Ich bin ich! Was hat sich falsch gemacht? Ich hatte da auch noch keine Ahnung. Da komm hoch. Du schickst ja mit dir nicht da! Hallo, bitte Sam! Das hört sich schon wieder falsch an. Wo ist das T-Shirt? Wo ist das T-Shirt? Das hört sich nicht gut an. Oh, Baby. Wer bist du ja? Nein! Ah, scheiße, Sam. Ich bin echt nicht willkommen. Oh Gott, nicht keiner, so! Okay, Jason ist beenden. Ich wollte gerade was sagen. Ich denke von Roland einfach hin. Gehe drüber. So. So. Jetzt kann ich jetzt mal weiterzählen. Morgen kommt eine Instagram Premiere. Ja! Mein Projekt! Endlich passt mir jetzt super zack. Was er läuft aktuell bei Tyler ACNH. Tyler Unterschied ACNH. Lass bitte ein Abo da! Falt mir bitte! Und vergiss dich selbst öde, wenn ihr auf den Kanal sind, steht ja nur wie ein Terry postet! Geht mal auf den Jason The Gamer XD Kanal auf Instagram. Oh mein Gott, ne Teppiche! Da wird noch was über YouTube Videos gibt, Fotografieren. Und Teppiche! Ja, ne Teppiche! Ja, ne Teppiche! Geht auch auf mein Merch! Ja, das sind Teppiche! Meine Merches sind 19 zu Tage, Teppiche! Die kosten 19! 19! 20 Minuten! Jason! Du hast keinen Merch! Ich hab nicht den falschen Dicken Arsch! Ja! Bist der Merch der Welt! Teppiche! Bist der Merch! Ich hab einen hier raus, da ich mich hier sehen! Denken im Detail! Ja, ich nicht! Aber Jason! Bist der Merch! Kauf euch jetzt den Merch! Es ist ein Teppich! Ja! Bist der Merch! Ich hab meine Augen, ey, ich guck, ich chill einfach! Ja! So, ich mach jetzt mal auch das Video für morgen nochmal mit den modellen Häusern! Da muss ich noch weiter machen! Wer junger, ne flache Welt! Ja! Ja! Das kann witzig werden! Nein, ich weiß nicht, was für heute zu bauen kann! Das kann witzig werden! Ja, mein Gott! Geht nicht! Mein Gott! Passt dich! Die nächsten Partys! Es gibt auch unterschiedliche Sachen! Aber das ist jetzt! Reinens über die Welt! Wir sehen uns! Bis bald!